so herzlich willkommen zu HITMAN Part 2 ja und ich glaube das Video ist bei euch ganz gut angekommen also habe ich mir erlegt mache ich gleich noch eine zweite Folge weil ich bin Feuer und Flamme für das Spiel und ich liebe es einfach nur weil es einfach nur geil ist da ich hoffe ihr seht es auch so und jetzt mal gerade was unser Ziel ist laut ICA Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen ein Mädchen namens Victoria nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan mein Auftrag Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen persönliche Anmerkungen ja das können wir irgendwie schon naja ähm aber wir wissen ja wir sollen immer noch diese Diana finden wer das nicht weiß so einfach mal den ersten Park gucken da steht das ja alles jetzt muss ich mal gucken wo kommt der denn so ok ok was interessante Objekte das leuchtet da hinten ok ich glaube den machen jetzt einfach mal kalt ok keiner hat das gemerkt obwohl die alle da unten stehen Piste ja den nehm ich mal gleich so ah hier oh Gott loswerden die Leiche ist jetzt versteckt im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst das wissen wir schon so ist hier was ist das denn hier Schlaftabletten genug um ein Pferd um zu hauen das ist ja schön und hier speichern wir natürlich auch mal so mal gucken hier war doch ah genau die Püste nehmen wir uns erst mal keine Ahnung wieso kann man ja mal brauchen so ja du sieen öffnen aber da ist dieses kleine dreieckig ich glaube die sehen mich dann irgendwie ich habe keine Ahnung jetzt gehen wir mal dahinter oder ja doch geh mal dahinter ja doch geh mal dahinter ich hoffe das ist keiner sie können mich ja sehen nur ähm sie sind ganz verdacht halt ok ok Zielperson ist da hinten so gut wie ganz nicht mal der Boss glaube ich aber ich habe neulich einen Blick auf die Akten die Akten die Akten ein Totenkopf Logo und drunter stand ok ok hier ist der ok hier ist der ok hier ist der kaffee werfen ja der war doch eben hier warum ist der zu spät hier ist Alpha wurde der Truck auf Sprengstoff untersucht stellen sie zwei Mann dafür ja an der Uniform stimmt doch was Unfall over Halt 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 In nicht auf них Beach ihr Flex Ok , der kann uns jetzt sehen er kennt die ganzen angestellten, FX Leo Lebensmittel vergiften ok schiock und messer ist auf jeden fall bessern da ist die person ich kann doch eigentlich ziehen oder hatte hatte den kaffee getrunken ist ja mal geil und jetzt ist er ja wie so ein pferd ok er schlüsselkarte nehmen wir uns auf jeden fall mal schleppen wo können wir den dahinten zugangstür im ersten stock finden das heißt finden ist die so schwer zu finden besondere alt alt alter jetzt essen auch noch gegessen ist immer geil kleiden muss meist ja so jetzt sie sind als koch verkleidet und können sich im erdgeschoss des anwesens frei bewegen niemand im anwesen wird ihre tarnung durchschauen aber tragen sie keine sichtbaren waffen da diese verdacht erregen naja wieso koch kann doch eigentlich messer mit umtragen vielleicht nicht im ganzen anwesen aber okay schildig schildig aber schon mal ein paar punkte bekommen auf jeden fall dass man den hier noch war doch irgendwas an jedes männer dann hinter und da waren nicht rein wenn man noch radio messer und radio brauchen wir jetzt ja nicht mehr sicher erste hilfe kasten warum eigentlich noch nicht und die können uns jetzt sehen naja die bis damals schon genommen das sind jedoch eigentlich keine interessanten gegenstellen ok außerdem teil haben sie genügend punkte schalten sie eine killertechnik die kann ich jetzt hier neue belohnung technik bereits freigeschaltet für diesen kontrollpunkt ok herausforderungen auch gegen den gärten hätten wir die noch infiltrieren müssen ok anzug pflicht ja okay haben ist die ganze zeit ihr werk hat einfach umgehauen hat ihn einfach umgehauen auch unfall kill keine ahnung was das ist ich spiele sie es noch mal ja warte und das probieren müssen wir einfach mal wenn wir hier gerade noch da sind was passiert denn hier wenn wir klavier spielen oder passiert das nur wenn der typ wieder noch ist trägerstab anstoßen ja das bemerkt er jetzt ganz sicher ganz echtes mal jetzt nicht ja ist alter nach hier runter so wir müssen jetzt da hoch so ich komme noch irgendwie rennen gönner sehr schön aufschließen ok zugang gefunden nähere mich der zielperson sehr gut 47 vergessen sie nicht Diana hat sich das selbst zuzuschreiben sie hat uns verraten sie hat uns verraten die agency den kodex alles wofür wir stehen sie ist zu gefährlich um sie am leben zu lassen denken sie daran wenn sie abdrücken ah da vorne steht auf jeden fall mein geiler eiswagen ähm mal gucken da hinten ist mein ziel wieso ist das rot aber es mein ziel ist wahrscheinlich ne lasst im o seit den wir wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, das war jetzt mal eine heftige Ansage hier. Aber er hat schon scheinbar jetzt hier sein Wockitocki da ausgeschaltet, ne? Sie sollen nicht sprinten? Das wollen wir doch nicht. Das wollen wir jetzt laufen. Und da hinten sind irgendwelche Gegner. Einen hier noch nicht. Da hinten. Okay, und da ist dann die nächste Person. Steuerung. Und Puffe zieh vorhin. Alter, was versteht ihr jetzt auch? Drehen Sie die Kamera, um den Gegner zu zivilisieren. Und arretieren Sie dann den Schuss. Warm, Alter. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegnerin. Warm, Alter. Die ist ja schon mal echt heftig geil, würde ich sagen. Junge, Junge, Junge. Schleppen, verkleiden, verkleiden und mal. Also, wieso dauert denn das immer? Ich kann nicht gehen jetzt, bis er sich nicht verkleidet hat. Komm mal hin. Hallo. Oh Gott. Muss ich die jetzt verstecken? Nee, ich hab auch keine Punkte. Also, denk ich mal, ist das egal. Schlossknocken. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm, und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, Sieben und Herzlich. Ich bringe Sie zum Exfiltrationspunkt. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze ich... Darin ist für dich gestorben. Wieso? Bitte. Sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt. Das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an. Hören Sie Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Oh, 15.655 Punkte ist ja schon mal geil für die erste Mission. Mal gucken, wo hätten wir noch... Am... Eigentlich doch hier haben wir ein bisschen Minuspunkte bekommen. Ruhigstellung hat er... Oh Gott, okay. Und nicht Ziel Todesfall. Was war das? War wahrscheinlich der eine... Entweder es war der... Der Koch. Oder es war doch... Ah, nee. Das war wahrscheinlich der eine... Der ein... Ah, nee. Das ist der ganze Auftrag. Also könnte alles sein. Keine Ahnung. Ist auch egal. Das waren wahrscheinlich die, die wir einfach abgeschossen haben. Naja. Trotzdem geil. Ne? Kann man mit Leben auf jeden Fall Profi. Okay. Ah ja. Jetzt kann man hier schön sehen, was wir alles gemacht haben. Mal gucken. Wir haben... Okay. Die Axt nicht. Buh, Hammer. Ein Hammer. Ja, okay. Damit kann man Leben. Haben wir doch eigentlich ganz schön... 22 für 30 Sachen. Damit kann man Leben eigentlich, oder? Meister, ein persönlicher Auftrag. Ist wahrscheinlich dann... Dass man alles hat. Gut gespielt. Keine Ahnung. Der Preis des Verrats. Spieße ich es noch einmal. Ja, ich glaube, das sagt alles, oder? Ah, nee. Das war das mit dem Klavier. Okay. Naja. Und da, ja. Okay. Nee, damit kann man Leben eigentlich. Ähm. Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch den Clip vom... vom nächsten... äh... Part an. Und dann war's das heute schon wieder. Weil, ja. Die Folge wird nicht allzu lang sein. Und, ja. Zieht euch einmal das Video rein. Wir sprechen uns dann gleich nochmal. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecker und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich keine. Kann ich mitkommen? Versteck dich. Jetzt, ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Doppelzuk. Sie sind wichtig. Siebenunddreißig, Fünfzig die Nacht. Keine Partys. Hallo? Erdi, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Und das Statement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das Statement ist nicht so sein Ding. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Das machen wir natürlich auf jeden Fall. So, Chinatown würde ich sagen, gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Denn es wieder heißt Tittman, ne? Und, ähm, ja, ich hoffe natürlich, es gefällt mich weiterhin. Und wir wollen uns auf jeden Fall im nächsten Part dann richtig anstrengen, weil dieser Auftrag ist, ja, der hat's in sich, auf jeden Fall, weil überall Polizisten sind. Und, ähm, ja, es wird auch die SWAT kommen, wenn wir da irgendwas Falsches machen. Also müssen wir richtig anstrengen, ähm, damit wir da nicht irgendwie auffliegen. Also es wird auf jeden Fall lustig, der nächste Part. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, schaut ihr einfach wieder vorbei, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr jetzt mal wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ähm, ja, das war's eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Servus.